Leben nur noch der und ich. Okay, jetzt geht's um die Wurscht. Okay, der ist Full Dia. Herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Endergames. Ihr habt euch mehr PvP gewünscht, deshalb spiele ich hier auch wieder ein bisschen mehr PvP und nach ungezählten Runden des Versuchens hoffe ich, dass diese Runde hier auch tatsächlich was wird. Warum hat das nicht geklappt? Es hat einfach geleckt und ich habe einen total scheiß Start gehabt. Und deshalb nehme ich dann gar nicht weiter auf, aber wir haben drei Eisen, das ist schon mal gar nicht so schlecht und ich würde sagen, wir gehen auch noch ganz schnell in diese Kiste hier unter uns. Okay, das sieht doch nach einem guten Start aus. Das TNT bringt leider überhaupt nichts, irgendwie funktioniert das einfach nicht. Warum ich das weiß? Ich habe auch noch ein bisschen geübt. Ja, ich habe PvP geübt. So, probieren wir uns ganz schnell hier auszurüsten, dann laufen wir am besten gar nicht so weit weg. Wenn wir relativ gute Start-Items haben, wir werden uns auf jeden Fall dann gleich Eisenschuhe craften. So. Das ist eine Kiste. Das ist eine... Drei Diamanten. Geil! Richtig geil, okay, okay. Richtig nice. Nice, 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 nice. Jetzt schnell ausrüsten, damit uns keiner killt. So, ähm, dann machen wir uns einen Eisenhelm. Keine Ahnung, ob jetzt Schuhe oder Eisenhelm besser ist, ich weiß es nicht. Und das Schwert sollten wir nicht so da rumhalten. So, machen wir das so. Okay, und die Kartoffeln? Hier hin. Würde ich sagen, gehen wir auf den da vorne. Ähm, Kompass werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen öfters benutzen. Wird mir auch in die Kommentare geschrieben, danke für die Tipps. Und es wäre schön, wenn ihr euch das Video ganz anschaut, weil ich werde später versuchen, mit euch über ein paar Themen zu sprechen. Der ist leider Känguru, das heißt, wir gehen mal lieber weg von dem. Ähm. Weil ich mich jetzt nicht gleich direkt mit einem Känguru anlegen möchte. So, äh. Oh, scheiße, ich glaube, der verfolgt uns. Ja, der verfolgt uns, okay. Okay, der hat jetzt einen Riesenvorteil, da ein Känguru ist. Aber ich hoffe, dass wir das trotzdem... Oh Gott, nice, nice, nice. Wir haben zwei Diaschwerter. Jetzt sind wir ein gefundenes Fressen für alle. Gut. Ähm. So, was hatte der denn noch? Der hatte vier Eisen, das heißt, wir können Schuhe machen. Aber ich will das jetzt nicht hier machen. Ich will erstmal ein bisschen Land gewinnen, weil ich mag den Wald nicht. Ich mag den Wald echt überhaupt gar nicht. So. Ich habe auch nicht genug Holz, um mir noch eine Workbench zu machen. Aber da ist ein Baum. Der nächste Spieler ist noch... Der ist da vorne. Warum geht da... Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, da oben ist einer. Scheiße. Ja, der ist... Der muss hinter uns sein. Hä? Wo ist denn einer? Ach, hier kämpfen zwei. Okay. Dich kill ich. Hinter mir ist aber, glaube ich, auch einer. Aber das Gute ist, wenn ich den kill ich bin, war hier, dann bekomme ich wieder volle Herzen. Und ich glaube, das wird sich echt ein bisschen ziehen, bis ich mit euch über die Sachen spreche. Mit... Über die ich mit euch sprechen wollte. Alter, da ist gleich wieder einer. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Gut, der nächste ist weit weg. Alter, verlei. Mein Gott. Was war das eben? Ich finde es geil. Okay, schreibt mir in den Kommentar, ob ihr das auch geil findet. Richtig nice. Okay. Ja, das erste Thema, über das ich mit euch sprechen wollte, war das, dass ich meine Abonnentenzahlen auf nicht sichtbar gestellt habe. Das heißt, ihr könnt nicht mehr sehen, wie viele Abonnenten ich habe, aber ich sehe das immer noch. Und zwar hat es den Grund, ich habe jetzt von vielen geschrieben bekommen, Mensch, du hast so viele Abonnenten und im Verhältnis so wenig Klicks. Und das wirklich unter sehr, sehr viele Videos. Und ich habe keinen Bock, sowas als Kommentar zu lesen. Weil es hat einfach null, wirklich null mit dem Video zu tun. Und es regt mich einfach mittlerweile nur noch auf. Und deshalb habe ich die jetzt auch nicht sichtbar gestellt, weil, ja, wer hätte es gedacht, ich bin es einfach leid, das zu lesen. Weil, ganz ehrlich, lass das doch meine Sache sein. Es ist mir scheißegal. Wirklich, es ist mir scheißegal, wenn uns einige schreiben. Ich ziehe hier auf YouTube mein Ding durch. Und es ist durchaus klar, dass ich viele inaktive Abonnenten habe, da ich schon verdammt lange auf YouTube bin. Und andererseits, also im Vergleich zu jetzt manch anderen schon relativ lange, so verdammt lange natürlich jetzt auch nicht. Aber, oh Gott, ich glaube, ich werde mir bald Diamantschuhe machen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin immer noch weit weg. Aber, was ich auch noch durchaus erwähnen möchte, ist, ich habe auch über ein Jahr lang, oder etwa ein Jahr lang, sehr unregelmäßig Videos gebracht. Das heißt, ich war zwischendurch immer inaktiv, immer wieder mal. Und da ist es doch klar. Und echt, ich werde dazu auch nichts mehr sagen. Ich habe die Abonnenten jetzt auf nichts sichtbar gestellt. Wer das blöd findet, der ist mir jetzt auch relativ egal. Ich bin es einfach leid, das zu lesen. Ich will mein Ding durchziehen auf YouTube, ich will Spaß haben und mich nicht über solche Kommentare aufregen müssen. Und deshalb habe ich das jetzt einfach ausgestellt. Dann könnt ihr von mir aus schreiben, dass ich wenig Views habe. Aber da braucht mir keiner mehr zu kommen mit. Ich habe inaktive Abonnenten, weil ihr die Abonnentenzahl einfach nicht mehr seht. Weil, ganz ehrlich, so wichtig ist die auch nicht. Das ist einfach nur eine Zahl. So, und der da unten, der sieht uns gar nicht. Den holen wir uns. Komm her, du Schnucki. Okay, okay, der wird schwer. Komm. Oh Gott, nice, nice, okay. Ich sehe schon, das Üben hat sich echt gelohnt in PvP. Okay, das Üben hat sich gelohnt. Da hinten ist auch direkt einer. Hattest du noch irgendwas Besseres an Rüstung, was ich jetzt taufen könnte? Nein. Oh Gott, ich will hier nicht unten sein, wenn nach hinten. Okay, wo ist der? Der ist da oben. Okay, wir wurden geportet. Okay, der Nächste ist weit genug weg. Alles klar. Ja, das andere Thema, über das ich mit euch sprechen wollte, ist, dass ich, äh, dass mir selbst auch aufgefallen ist, dass ich verdammt viel rede. Scheiße. Ich dachte, oh Gott, ich dachte schon, ich wurde geportet. Das wäre jetzt blöd gewesen. Okay, das ist das Ende der Arena, obwohl da hinten eine Kiste ist. Interessant. Ich muss was essen. Ähm, ja, das andere Thema ist halt, wie gesagt, dass ich relativ viel rede und mich dadurch auch oft verspreche. Ich versuche das bisschen mehr in Grenzen zu halten und nicht mehr so viel zu plappern. Weil es nervt mich selbst, auch wenn ich mir meine Videos anschaue. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel spreche. Es kommt einfach aus mir raus. Ich bin ein Mensch mit einem Redefluss aller Excellents, der sich dann die ganze Zeit verspricht. So, gehen wir zu dem anderen. Dann haben wir hier direkt auch eine Crafting Bench. Dann machen wir mal da hin. Ja. So. Ähm, genau. Das mit der Battle Staffel. Muss ich jetzt noch versuchen anzuschwächen, weil ich glaube, das Video ist auch bald zu Ende. Zumindest diese Runde hier. Leben nur noch der und ich. Okay, jetzt geht's um die Wurscht. Okay, der ist full dear. Okay. Okay, der ist einfach mal full dear. Okay, der ist full dear. Okay, gegen den kann ich eigentlich nicht gewinnen, weil das scheint ein echter Brot zu sein. Ähm. Das scheint ein... Okay, ich muss was essen. Jo, ich bin eigentlich schon so gut wie tot durch die Pfeile von dem. Richtig. Ja, okay. Ich kann... Ich bin ja richtig schlecht. Ja, okay. Der hat mich sogar tatsächlich jetzt mit einem Bogen besiegt. Ähm. Ja, GG trotzdem. Ja, easy. Ist gut. Jo, okay. Full dear. Mit einem verzauberten Bogen wahrscheinlich easy, ne? Finde ich auch. Ähm. War jetzt kein richtiger Kampf, aber ich denke mal, ihr seht trotzdem, ich hab ein bisschen PvP geübt. Bin vielleicht auch ein bisschen besser geworden. Und, ähm. Ja, ich hoffe, ihr wollt immer noch ein bisschen mehr PvP sehen. Und was ich jetzt noch mit dem Battle sagen wollte. Ähm. Einige haben geschrieben, sie würden sich eher nicht gerne so eine Staffel, die länger ist, mit mehr Mods wünschen. Aber die Vielzahl hat sich das dann doch gewünscht. Vor allem, weil, ähm, es spannender sein soll mit den Basen, wenn man sich da eine Basis aufbaut und das Ganze halt dann ein bisschen Spannung reinbringt, während andere wiederum geschrieben haben, die jetzt aber halt eben in der Minderzahl waren, dass das vielleicht eher ein bisschen langweilig ist. Ja. Deshalb, äh, gehe ich doch mal demokratisch nach der Mehrheit. Und organisieren werde ich das Ganze mit dem Sinus HD voraussichtlich. Und das wird, denke ich mal, ganz interessant. Also, ihr könnt, denke ich mal, ganz gut darauf gespannt sein. Also, wir planen das jetzt ein bisschen länger. Es soll nämlich eine andere Staffel werden, als auch die bisherigen. Die aber auch ein bisschen länger geht. Also, die soll nicht mehr so kurz sein. Acht Folgen waren wirklich ziemlich kurz. Na dann, hoffe ich, es hat euch gefallen und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.